So, ich aktiviere den jetzt mal. So, da vorne ist der nächste. So, dann da hinten. So, ich werde vielleicht ein bisschen tiefer gehen. So, und da vorne. So, Konflikt ist beendet. Okay. Was ist denn bei euch aus? Na, ihr scheint ein bisschen knapp bei Kassets zu sein, denke ich. Ihr habt aber sehr viel für Terrorforming. Interstellerantrieb 5. Vierflieger 5 oder Laufbusche 4. So, dann fliege ich erst mal nach Hause. Ich glaube, ich... Ja, komm, einmal bezahle ich die nochmal. So. Damit wir wenigstens vor denen erstmal Ruhe haben. Im zweiten Krieg fände ich jetzt nämlich nicht so geil. Jetzt hat sich das ja... Das Blatt ein bisschen gewendet. Ich muss jetzt erst mal wieder an Geld kommen. Also von euch schon mal nicht. Aber vielleicht müsst ihr ja auch gerade ein bisschen sparen, weil ihr im Krieg seid. Das könnt ihr mir vorstellen. Ach, ja. Nimm's Shut Up and Take My Red Spice. Irgendwie nochmal Gewürz auf Englisch heißt. Aber ich glaube, es war Spice. Ja, komm, bevor ich das gar nicht loswerde. So. Was ist das denn eigentlich da für ein Balken, der da abläuft? Ist das die Länge des Krieges? Die noch bevorsteht? Oder ist das... Bis wann ich da auch mal angreifen muss? Oder heißt das, ja, wenn da voll ist, sollstest du vielleicht auch mal angreifen? Ich weiß es nicht. Äh. Stern 2. Was sind wir eigentlich für eine Spezies? Kann man das irgendwo nachsehen? Äh. Plaketten. Ich will viel. Flieger 5. Das war für eine stille Antrieb. Da. Okay. Durch. Mhm. Was sind die da unten, die ich noch gar nicht habe? Wunderlandtourist. Entdecke ein Geschichtsbuchplaneten, um die Wunderlandtourist 1 Plakette zu erhalten. Persönlichkeitsspaltung. Ändere deine Persönlichkeit einmal, um die Persönlichkeitsspaltung 1 Plakette zu erhalten. Ich habe gar keinen Krieg begonnen. Aber gut. Ich würde sagen, ich werde jetzt nicht die Aufnahme wenden. Ich habe gemerkt, wenn ich eine Aufnahme wende, fange ich mal so an. Ja, ich würde mal sagen, ich bin mal die Aufnahme. Nein, diesmal würde ich sagen, machen wir es doch einfach mal. Hm. Ich habe noch nie einen Planeten selber angegriffen. Ich habe bis jetzt ja nur verteidigt. Huch. Ist das Ding verschwunden? Ah, nein. Jetzt werde ich angegriffen. Ach nee, ich werde von Piraten gepündert. Okay. Wo sind sie denn? Komm schon. Du zerstörst unser eigenes Gebäude. Wieso? Ich mag gar nichts. Nee, nee. So. Ja, ich denke mal, ist es egal, ob ich... So, ich habe eine Stadt von mir selber angegriffen. Werde ich doch die gleich mal parieren. Ach, natürlich Kamera. So, tut mir leid, dass ich euch angegriffen habe. War nicht meine Absicht. So, nochmal. Äh. Da war das... Da war ein Wohnhaus. Da auch. Da war eine Fabrik. So, dann noch. Geschütze. 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 Überall. Weil man nie genug Geschütze haben kann. Gut. Wieder repariert. Alles... Alles super. So. Tatsächlich, das ist einfach verschwunden. Ich weiß nicht wieso, aber es könnte sein, dass natürlich unsere Verbündeten auch selber einfach dahin gezogen sind und gewonnen haben. Das könnte ich mir vorstellen. Joa. Sonst weiß ich nicht, was da los ist, dass hier plötzlich... Ich weiß nicht, was da los ist, was ich meine. Ja. Besser als nichts. Besser als nichts. Einmal kurz... Abfliegen. Einmal hier das Gewürz abholen. Ach. Hier ist nichts. So, dann auch hier. Nein. Nee. Obwohl, ich sollte mir vielleicht mal diesen Schatz da holen. Auf diesem Planeten da. Aufwerkzeug. Radar. Ah, da. Entfügungsstrahl. Vermutlich wieder nur was zum... Ja. Wieder nur was zum Einfernen. Aber gut. Es hätte auch schlimmer sein können. Limonaden mehr. Naja. Okay. Das klingt jetzt gar nicht mal so scheiße. Ich glaube, ich will das einfach mal versuchen... Einzusetzen. Und zwar ja. Auf meiner Lieblingskolonie. Ich meine... Okay, ihr habt gar keinen mehr anscheinend. Wieso habt ihr keinen mehr? Ist aber seltsam. Und hier ist Leben möglich? Na gut. Na gut. Ein paar kleine Teile scheinen sie da ja zu haben. Ansonsten finde ich das relativ unlogisch. Habt ihr denn mehr? Ja, ihr habt auch... Ihr habt so ein paar Teiche. Ähm... Planetatmosphäre... Farbe. Ja? Wärt das noch was? Also so viel... großen Unterschied sehe ich da jetzt nicht. Für mich ist das eher kackbraun als gelb. Aber gut. Will ich mal das hier? Terra-Krater. Terra-Hügel. Okay. Ich denke mal... Ich muss wieder... Blechen. Was ich nicht tun werde. Ich denke mal, ich werde nur jedes... Ach, die sind weitergekommen. Anscheinend. Ja, okay. Ich komme, ja. Ich komme, ja. Falscher Planet. Falsches System. So, wo sind sie denn? Oh, ich bin zu weit weg. Puh. So, ist da hinten. Okay. Da unten. Ja. Gut. Ich glaube, ich mache mal die Alliierten-Raparatur. Leibwächter-3-Plakette halten. Ich habe... Ich war jetzt so sehr in Eile. Ich habe jetzt gar nicht gucken können, was ich da jetzt für bekommen habe. Ah, gucke ich. Leibwächter. Hm. Ich glaube nichts... Also, ich wüsste jetzt nicht so wirklich, was. Hm. Antimateria-Rakete. Holy shit. Okay. Hier wahrscheinlich... Okay, Raumschiff-Fähigkeiten. Mittlere Gesundheit. Soll ich vielleicht auch holen, wenn ich in den Krieg ziehen will. Mittler Frachtraum. Habt ihr denn... dieses Dings... Nein, habt ihr nicht. Aber ihr nehmt mein Geldes Gewürz. Für sehr viel Geld. Sag ich doch nicht nein. Dann deaktiviere ich das jetzt mal wieder. Ähm. S***. Gab. Brεί. Estado. Da ist kein Geld. Nein, wird hier... Im Moment. TO